Musik Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auch heute zu unserem Format Visite und herzlichen Dank für Ihre zahlreichen Zuschriften. Die heutige Sendung würde ich gerne nochmal einer Problematik widmen, weil mich eine E-Mail erreicht hat von Heitron. Heitron ist 45 Jahre alt. Heitron, Sie haben zwei Kinder, sind alleinerziehend und glauben Sie mir, ich weiß, was das bedeutet. Nicht, weil ich es erlebt habe, aber weil ich die unglaublichen Geschichten kenne von Menschen und von großen Müttern. Und sie schreiben, dass sie morgens seit längerer Zeit Schwierigkeiten haben, aus dem Bett zu steigen. Kann ich mir vorstellen, dass eine Mutter immer zack, zack in der Vergangenheit auf Draht war. Sie haben geschrieben, dass sie eigentlich gut schlafen, erschöpft und tief einschlafen, aber dass sie morgens nicht das Gefühl haben, dass sie ausgeschlafen sind. Sie haben einen unglaublichen Drang immer wieder nach Salzigem und nach Süßem. Sie zeigen Anzeichen, dass ihre Toleranz einer Belastung gegenüber geringer geworden ist. Man nennt das eine Stressintoleranz. Mir wird das Normale zu viel. Mir wird auch langsam das Wenige zu viel. Das ist ein ernstzunehmendes Symptom. Sie sind schnell gereizt, was sie von sich nicht kannten. Sie sind manchmal verärgert. Ihre Toleranz ist ihnen abhandengekommen. Und sie haben den Eindruck, dass die Nerven, die früher wie Drahtseile waren, auf einmal wie Bindfäden sind, die man nur antippen muss. Es gibt Menschen, die dann so die Nerven blank liegen, dass man vielleicht nur ein Wort oder einen Blick zu ihnen richtet und die Tränen kullern. Das ist eine ebenfalls ganz wichtige Beobachtung. Sie spüren, dass sie am Nachmittag so zwischen drei und vier in ein Energiedefizit kommen und natürlich auch beobachten, dass all das im Rahmen des letzten anderthalb Jahre und sie sind eine ziemliche Odyssee gegangen, nicht verstanden wird. Und heute dastehen als sogenannt psychosomatisch belastet, stressinduziert. Das ist alles gar kein Problem. Aber sie fragen sich, was kann ich tun? Und ich muss ihnen dazu sagen, dass wir natürlich auch als Ärzte, wenn wir etwas nicht kennen, dann können wir es ja auch nicht erkennen, dann können wir es ja auch nicht verstehen. Und wir kennen das nicht. Das bedeutet, dass wir natürlich sehr schnell von einer psychosomatischen Belastungsstörung sprechen. Aber dass wir im Studium schon von einem sogenannten Morbis Addison hören, das ist eine schwere, schwere Nebenniereninsuffizienz. Aber von einer funktionellen Schwäche, von einer funktionellen, auch hormonellen Schwäche, hören wir nichts. Und es ist auch nicht der große Renner in der Therapie oder könnte sein. Deshalb glaube ich, geht man dieser Sache auch gar nicht so nach, weil dieser Algorithmus zwischen Krankheit braucht die Therapie, die Therapie braucht die Krankheit, lässt sich natürlich ein funktionelles Geschehen, Denn was ja ein Ende einer Kaskade von unglaublichen Dingen ist, die aus dem Gleichgewicht geraten sind, das ist schon nicht so in ein normales medizinisches Raster zu packen. Und wenn man jetzt über ein sogenanntes chronisches Erschöpft oder Müde spricht, dann sollte man wirklich auch mal noch mal ganz kurz erklären, warum wir alle hormonell gesteuert sind. Natürlich sind wir in der Pubertät noch mehr hormonell gesteuert, aber die Hormone sind eigentlich sogenannte Signalbotenstoffe. Das heißt Hormän. Hormän war das Wort im Griechischen. Und das heißt, es sind die Antreiber, das sind die, die erregen, die aktivieren, die aber auch bremsen, die aber auch das Signal nicht geben für die und die und die Funktion. Das heißt, im Altgriechischen hat man damals schon erkannt, dass zwischen Kopf und Körper Hormone jede einzelne Zelle beeinflussen. Und ein Millionstel Gramm auf ein Liter Blut reicht aus, um diesen Effekt zu erhalten. Also Hormone sind natürlich nur ganz kleine Signalgeber, aber von unglaublicher Wichtigkeit, wie alles im Leben. Das Große ist es nicht. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen. Und es sind die Dinge, die man nicht kaufen kann, die noch wertvoller sind. Und so ist es auch hier bei den Hormonen. Aber damit natürlich auch Hormone ausreichend gebildet werden können und auch ein großes Stoffwechselgeschehen im Gleichgewicht halten, ist es ganz wichtig, dass diese Botenstoffe ausreichend gebildet werden, und zwar in unseren Drüsenorganen. Das heißt, diese Drüsenorgane sind dafür verantwortlich, nur immer das bereitzustellen, was der Körper braucht. Also sprich in der Schilddrüse, sprich in der Bauchspeicheldrüse, sprich auch in unseren Hormonkeimdrüsen, unseren Ovarien im Hoden und so weiter. Das heißt, das ist kein hundertprozentiges, ständiges Abgeben von diesen Signal- und Botenstoffen, sondern nur, wenn zum Beispiel eine Schwangerschaft ist, wird besonders viel produziert. Wenn ich genau vor der Regel will, brauche ich nochmal mehr Progesteron, damit die Regel dann eingeleitet wird. Das ist alles ordnungsgemäß bis ins Detail durchgesteuert. Es gibt eine Ausnahme. Und das sind die Stresshormone. Die Stresshormone, die gebildet werden durch die Nebenniere. Und die haben die oberste Priorität. Also wenn der Körper nur annähernd in einen Stress oder Kampf oder Flucht oder irgendwas gerät, ist das alles andere nicht mehr interessant, dann produziert der Stresshormone, weil sich daran natürlich eine Mängel an Stoffwechselfunktionen, an Kreislauffunktionen, an Überlebensmöglichkeiten, der ganze Zuckerstoffwechsel wird auf die Muskeln übertragen, damit ich im Kampf-Flucht-Modus bin und so weiter. Aber das alles wird koordiniert. Und Hormone haben bei allem mitzureden, wie mein Schlafen funktioniert, wie ob ich hungrig bin, ob ich durstig bin, in der Gewichtsregulation, meine Gefühle, meine Gedanken, meine Körpertemperatur, alles wird hormonell gesteuert. Und die Steuerungszentrale sitzt im Kopf, das ist der Hypothalamus. Das ist also eine fingerkuppengroße, kleine Drüse. Und die wiederum korreliert mit der Hypophyse. Und die Hypophyse, die sitzt hier vorne und reguliert natürlich ganz viele Prozesse. Die hat direkten Kontakt zur Schilddrüse, die hat direkten Kontakt zu den Nebennieren. Denn die Hypophyse ist eigentlich die, die jetzt über unseren gesamten Zustand ein letztes Wort hat, beziehungsweise die dann nochmal Informationen aus dem Hypothalamus filtert. Und während der Hypothalamus natürlich die Stellung der Königung hat, weil die alles weiß und die wiederum die entsprechenden Informationen weitergeht, ist die Schilddrüse dann natürlich eine dem Thalamus untergeordnete Drüse. Aber die ganzen anderen Drüsen, Bauchspeicheldrüse, Schilddrüse, Keimdrüsen und so weiter, sind natürlich alle lebens- und überlebensnotwendig. Und diese Symptome, die Sie mir geschildert haben, sind es ja nicht nur allein. Ich meine, es geht ja noch viel weiter. Jetzt kann meine Psyche auch abrutschen. Ich kann in eine Depression geraten. Ich kann auch depressive Verstimmungen entwickeln. Also mir würde das auch so gehen, wenn ich das Leben nicht mehr gehändelt kriege, wenn ich merke, dass meine Energie überhaupt nicht mehr ausreichend ist, um sogar den normalen Lebensalltag zu bewerkstelligen. Also ich wäre alles andere als fröhlich und würde darum hantieren, als wenn das Leben nur noch ein Kinderspiel ist. Nein, das ist es ja schon lange dann nicht mehr. Und dieses Gefühl von ausgebrannt sein, dieses auch nachmittags diesen Energieverlust zu haben, wie Sie beschreiben, auch dieses, ich würde gerne mal eine Mahlzeit aussetzen, aber es geht nicht. Ich kriege dann so einen Hunger. Das sind alles ganz wichtige Hinweise, die natürlich zeigen, dass Sie so langsam in ein energetisches Defizit rutschen. Und jetzt muss man das natürlich verstehen. Und jetzt möchte ich Ihnen natürlich heute hier auch nochmal erklären, was Sie jetzt alleine tun, wenn Sie auf der anderen Seite vielleicht nicht gerade im Moment den Rückhalt haben. oder beziehungsweise was Sie veranlassen sollten. Das können Sie alleine veranlassen, um dann natürlich letztendlich mit einem ärztlichen Kollegen zu besprechen, was Sie tun sollten. Die Nebennieren sind ja nun die fast kleinsten Drüsen. Die sitzen wie so eine kleine Polkappe oben auf den Nieren. Und die sind verantwortlich natürlich im Nebennierenmarkt, das Noradrenalin zu produzieren, auch das Adrenalin. Sie wissen, das sind unsere Stresshormone, Adrenalin hoch. Wenn ich jetzt so eine Achterbahn mache oder wenn ich auf meinen Freund warte und aufgeregt bin und meine Herzfrequenz über 180 geht, das ist Adrenalin. Also Adrenalin wird nicht gesteuert durch das, was ich jetzt unbedingt will, sondern durch das Gefühl, was es in mir auslöst. Und auch ein gutes Gefühl kann Adrenalin hochbringen. Das ist, wir sprechen von euch Stress, das ist was Gutes, was Positives. Auch ein Sportler am Startblock, der wird nicht da stehen und sagen, oh, ob ich das hier schaffe. Nee, der glaubt an sich und der baut sich auf. Und der hat durch dieses Gefühl, gewinnen zu wollen, natürlich auch einen Adrenalinstoß, der ihm alles bereitstellt, damit er vielleicht als erster durch Ziel geht. Das sind alles Dinge, die von den Nebennieren dann gesteuert werden, weil unsere Gefühle es wahrnehmen. Die Nebennierenrinde, man hat also einen Mark und eine Rinde, ist dann wieder verantwortlich, auch für diese Stresshormone, gerade Cortisol. Cortison. Und auch das DHEA, das Dehydroandesteron, das ist das Vorhormon, aus dem Östrogen und auch Testosteron wird. Und auch das Aldosteron. Das heißt, diese Ausschüttung dieser Hormone erfolgt über das autonome Nervensystem. Und das autonome Nervensystem arbeitet unbewusst. Und unbewusst heißt, es macht nicht, was es will. Niemals. Auf das autonome Nervensystem dürfen Sie sich tausendprozentig verlassen, dass es Sie für jede Situation adaptativ lenkt und leitet. Und das ist wichtig zu verstehen. Weil wenn nämlich das autonome Nervensystem ein Tag, fünf Tage, 50 Tage, fünf Monate, vielleicht fünf Jahre, signalisiert, diese Mama muss präsent sein. Diese Mama muss das und das noch bewältigen. Diese Mama muss für drei Kinder oder zwei Kinder denken, machen, tun. Dann müssen Sie eigentlich auch heute verstehen dürfen, dass es dem Körper vielleicht auch mal nicht mehr möglich ist, adäquat zu reagieren. Weil er hat über die Jahre abgespeichert, ihnen zu dienen. Und er ist jetzt in eine Erschöpfung gekommen. Das ist keine neue Krankheit. Das ist kein psychosomatisches Problem. Es ist schon ein Problem, das alle Bereiche meines Körpers betrifft. Aber es ist etwas, wo man rauskommt. Es ist nichts, wo man vielleicht den Glauben verlieren kann, morgen das Leben nicht mehr zu botten oder auf dieser Grundlage vielleicht ein neues Problem morgen provozieren kann. Denn die Schwäche, die macht was mit mir. Und die Schwäche sorgt dafür, dass ich natürlich durch meinen emotionalen Stress, und es gibt ja auch Trennungen von Ehepaaren, die bleiben und begegnen sich immer in Augenhöhe. Es gibt aber andere, die führen diesen Rosenkrieg. Es gibt Existenzängste. Es gibt mentalen Stress. Es gibt natürlich Überarbeitungsstress. Es gibt finanzielle Probleme. Es gibt den Verlust vielleicht, den ich... Also jeder Mensch hat ja seine unterschiedlichsten auch Hintergründe. Aber Fakt ist immer, dass man, wenn man durch diese höheren Leistungen, die man seinem Körper zumutet und er sein Gleichgewicht und die Regeneration in der Nacht nicht mehr ausreicht. Und es gibt ja auch die, die perfekt sein wollen, was natürlich das absolut Schlimmste ist, weil sie immer die Messlatte sich selbst hochheben. Die kommen in diesen Dauerstress. Und der Körper in seiner selbstlosen Anpassung tut das lange Zeit, bis man irgendwo vielleicht mal so eine Bremse kriegt. Und sie haben diese Bremse. Und die anderen, die sie nicht kriegen, die fahren es gegen die Wand und werden mit einer schrecklichen Diagnose konfrontiert. Also vielleicht ist es jetzt alles irgendwo auch ein bisschen zu verstehen, um sich selbst morgen in diesen liebevollen, eigenen Händen zu nehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Kinder schon sind. Ich weiß nur, dass sie Mitte 40 sind. Da kann ich mir vielleicht schon vorstellen, dass sie in der Pubertät sind, dass es neue auch Zeitmanagement-Möglichkeiten gibt. Wie auch immer. Ich will da doch bitte überhaupt nicht spekulieren dürfen. Ich will nur sagen, dass wir auch neben diesen vielen großen mentalen, auch psychischen Faktoren natürlich auch für solche Prozesse auch wirklich reine Stressfaktoren haben, wie zum Beispiel jetzt auf sehr viel Kaffee zurückgreifen. Das ist natürlich ein Stimulator für den Sympathikus, dass wir immer wieder auch Infektionen entwickeln, die uns Stress machen. Wir sind krank, Schlafmangel, dass wir jetzt wirklich zu viel Zucker essen. Ich will das auch gar nicht jetzt alles ausweiten, aber ich glaube, die Grundbotschaft, die ist jetzt einfach erkannt und es ist jetzt eigentlich wichtig, dass man nochmal in sich zurückkommt, um zu verstehen, dass man Ruhe braucht und dass man dem Körper Zeit gibt, hier wieder seinen alten Rhythmus aufzunehmen. und damit man eine Nebennierenschwäche wirklich auch diagnostizieren kann, ist es vielleicht jetzt wichtig, dass Sie mal ein Cortisol-Tagesprofil veranlassen. Das ist eine Speicheluntersuchung, das sind vier bis fünf verschiedene Speichelproben am Tag und sowohl das Labor Ganz Immun als auch das Labor Biowissen Deutschland können Ihnen dieses Versandset zuschicken und dann sieht man nämlich ganz genau, wie komme ich morgens überhaupt an, also der höchste Cortisol-Spiegel ist morgens. Deshalb nehmen ja Menschen, die Cortison nehmen, also Prednisolon zum Beispiel, es morgens zwischen sechs und acht Uhr, weil der physiologische Spiegel am Morgen am höchsten ist. Es ist aber auch wichtig, wie verhält sich mein Cortisol-Spiegel am Abend? Wie verhält er sich am Mittag oder am Nachmittag? Das sind Dinge, weil ich so ein Cortisol-Tagesprofil und auch DHEA, dieses Vorhormon für Östrogen und Testosteron, wirklich mal in verschiedenen Speichelproben messen lasse. Diese beiden Werte haben einen unglaublich großen Effekt, morgen sie wieder in eine Stabilität zurückzuführen, weil beide Prozesse wesentlich daran beteiligt sind, auch die Energien ihnen morgen besser bereitzustellen. Das ist von Seiten des Hormonprofils natürlich ganz wichtig, wenn ihnen Testosteron wegrutscht, wenn ihnen Östrogen wegrutscht, dann hat es eindeutig Auswirkungen aufs hormonelle System, aber auch auf all diese Symptome, die sie jetzt beschreiben. Warum sind denn Männer immer so der Fels in der Brandung? Weil die haben ein hohes Testosteron. und das DHEA zum Beispiel, das ist etwas, das geht schon alleine nach dem 40. Lebensjahr langsam runter, damit wir von der Vernunft, von der Natur ist es so bestimmt, nicht mehr Kinder bekommen. Das ist unverantwortlich für die Natur, dass wir über 50 Jahre Kinder bekommen und es ist dann normal, dass diese Hormon Reduktion in einem bestimmten Bereich ausgeglichen völlig ausreichend ist, um auch die Phase des Menschen zu begleiten, die dann in einen ganz leisen langsamen Abbau geht. Das Leben investiert in der Natur überhaupt nicht in diese Phase. Das Leben investiert die ganze Kraft, bis die Nachkommenschaft gesichert ist. Und wir müssen uns diese Reserven für morgen heute erhalten, aber wir müssen sie auch nicht hochputschen. Aber ihnen ist ja das Normale abhandengekommen. Und wenn sie dann diese hormonellen Werte haben, dann ist natürlich der nächste Schritt da, inwieweit kann ich jetzt neben einem sehr, sehr guten Stress Management. Das kommt jetzt natürlich zum Tragen und das muss sein. Ich kann in dieser Anspannungsschleife nicht fortfahren. Ich muss mich versuchen rauszunehmen. Und auf der anderen Seite, aber wie kann ich hier diesem hormonellen Defizit begegnen? Und ich bin nicht in jedem Falle die, die immer gleich an Substitution denkt, wenn man sich zum Beispiel zum Anlass macht, jeden Tag Zeit nimmt, 20, 25 Minuten die 5 Tibeta zu machen, dann kommen sie eine unglaubliche innere zentrale Mitte und haben die ganze Neuroendokrine Stressachse alle mitgenommen, um im Rahmen einer neuen physiologischen Wieder Regenerationsleistung hier ins Gleichgewicht zu geraten. Das wird vielleicht überhaupt nicht ausreichen, aber DHEA, ich kann schon mal eine Brücke bauen, was sie sofort merken werden, wie diese Dinge sich dann in der Folge auch für ihr eigenes körperliches Wohlbefinden ausgleichen, aber auf der anderen Seite gehen sie damit sehr sehr zaghaft um, dosieren sie gering dosiert und es gibt ganz ganz wenige Fälle, wenn ich sehe, dass Cortison oder die Cortisol Produktion fast am Erliegen ist, dass ich auch mit einem ganz niedrigen die physiologische Notwendigkeit des Körpers nie überschreitend aber auch da manchmal eine Brücke baue und die andere Zeit dafür nutze, die Nebennieren wieder zu stärken durch zum Beispiel Phytokortaltropfen oder durch sehr viele andere Nebennieren unterstützenden Dinge die Palette ist wirklich unglaublich groß aber das ist ganz wichtig und das andere ist das möchte ich an dieser Stelle noch sagen lassen sie bitte durch beide Labore den nitrosativen Stress messen und den oxidativen Stress messen das sind jeweils Urinproben und auch Laborproben aber hier sehen sie wie ist die Zellenergie Mitochondralleistung und Mitochondralleistung heißt kann meine Zelle noch genug Energie herstellen wenn nämlich die Nebennieren auf der einen Seite erschöpft sind über Jahre weil sie dem nicht mehr nachkommen und sich auf ein langsameres geringeres Niveau einlassen müssen dann ist es das eine aber das andere ist natürlich dass auch an den Nebennieren selbst ein so hoher nitrosativer Stress da ist der auf die zelluläre Energie Leistungsbereitstellung einen Einfluss hat und sie damit in ihrer Produktionsleistung wie alle anderen auch erschöpft sind und das sind alles alles Dinge die man zurückfahren kann die man wieder aufbauen kann denn dafür sind sie viel viel zu jung als dass sie nicht aus diesem Tal des Lebens morgen wieder raus kommen ich kann ihn da einfach nur nochmal so auf den Weg geben dass sie vielleicht wenn sie ins Bett gehen am Abend nochmal so ein Spätstück nehmen ein Spätstück meine ich dass auch das was sie nicht schlafen lässt das sind manchmal auch Hungerattacken dass sie dann wirklich die Blutzucker Regulation die ja auch den Nebennieren unterliegt wirklich in ihrem Blick haben und dann so eine Scheibe Vollkornbrot einfach mit Butter abends vielleicht nochmal ein bisschen Salz essen sie kommen einfach über den Tag weil das Insulin ist der Gegenspieler vom Cortisol und wenn Cortisol erschöpft ist und Insulin in dem Moment hoch geht dann ist das fast wie so eine Unterzuckerung und deshalb können sie diese Schlafphasen dadurch natürlich sehr gut beobachten auf der anderen Seite wenn sie nicht gut schlafen können achten sie auch mal Serotonin kann man im Urin ebenfalls messen aus Serotonin wird Melatonin unser wichtigstes Antioxidant was das Gehirn nachts entgiftet aber durch das Melatonin ist unser Schlaf Wachrhythmus reguliert und auch das kann eine wertvolle Brücke sein die Nachtphasen dadurch besser zu halten um ihrem Gehirn mehr Energieleistung zuzugestehen und damit natürlich auch diese Dinge einfach besser auszugleichen ja ich hoffe dass ich ihnen so ein bisschen damit helfen konnte das ist ein großes Thema also allein Burnout zu sagen ich begegne dieser diesem Krankheitsbild erst seit ungefähr für meine Begriffe nicht länger als 12 13 Jahren ich habe das früher in dieser Form nie erlebt aber ich sehe es ist eine Multikausalität der man begegnen muss und kann und der erste Schritt liegt in ihren Händen hier es erst mal zu verstehen damit natürlich lösungsorientiert therapeutisch einzuwirken und glaube ich in dem Moment morgen auch dem Leben mit einer größeren Achtsamkeit begegnen zu dürfen das kann man nicht als Mutter von zwei drei Kindern und dann in eine nächste Phase zu gehen die sie mit sehr viel Schwung und Kraft und Lebensfreude begleitet in diesem Sinne ganz herzlichen Dank Ihnen allen für alle weiteren Fragen für alle weiteren Sorgen für alle weiteren Rat den Sie benötigen aus ganzheitlicher Sicht von Herzen gern senden Sie das doch bitte dann an visite at qs24.tv in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine ganz ganz wunderschöne Woche und freue mich eigentlich schon heute auf das nächste Mal und bis dahin alles Gute Danke mår einen Frau j Untertitelung des ZDF, 2020